Musik Hallo, mein Name ist Stefan Hauer. Ich führe einen kleinen Familienbetrieb in der Nähe von Pornstein in Pullendorf. Auf unserem Betrieb züchten wir schottische Hochlandrinder. Unsere Tiere bekommen ausschließlich eigenproduzierte Futtermittel von Naturschutzflächen ohne Zusatz von Kraftfutter und Antibiotika. Musik Das Resultat ist ein feines, kurzfaseriges Fleisch mit sehr intensivem Eigengeschmack und äußerster Zartheit. Unser Fleisch ist sehr fett- und cholesterinarm und hat einen erhöhten Anteil an Eiweiß und guten Omega-3-Fettsäuren. Musik Zusätzlich zur Fleischdirektvermarktung bieten wir auch noch das Rinderleasing an. Unter Rinderleasing versteht man eine Art Lohnmast, bei der sich der Kunde ein Tier seiner Wahl aussucht, das dann für drei Jahre bei uns auf der Hofstelle verbleibt und er monatlich für Vollpension bezahlt. Das Rind wird bei uns kostentechnisch vollumwendig versorgt und der Kunde hat nach drei Jahren ein schlachtfertiges Rind. Musik Genauso schonend wie die Aufzucht unserer Tiere, die sich über mindestens drei Jahre erstreckt, ist auch das Ableben. Wir arbeiten dabei eng mit einem Familienbetrieb zusammen, bei dem die Tiere stressfrei und schonend zum Ende kommen. Musik Unser Fleischportfolio erstreckt sich vom modernen Grillzuschnitt bis zum einfachen Suppen- und Bratenfleisch. Dadurch können wir wirklich das ganze Tier verwenden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020